Willkommen zu Aura Ja Freunde, wunderschön, guten Tag, das ist Aura Wollen wir schlafen gehen? Ja, wir gehen schlafen Sehr gerne, ich würde sehr gerne zusammen mit dir in ein Bett kriechen, so wie in Realität Aber das können wir jetzt gerade nicht umsetzen Das ist ein bisschen traurig, da müssen wir jetzt einfach mit leben Das ist genau wie in echt, immer alleine in den Bett, ganz traurig Hast du eine Idee, was wir machen könnten? Ich muss noch ein ganz kleines bisschen mein Pool ausbessern, denn ich habe nämlich echt extrem gefehlt Da habe ich eine ganz kranke Zuschaueridee Ja, ich habe den geilsten Pool der Welt Eigentlich wollte ich zumindest machen Oh ja Ja, ja, der ist ganz schön dangerous, wie du schon gesagt hast Und zwar habe ich jetzt letzte Folge den Fehler gemacht Ich wollte eigentlich so getrennte Strahle, Strelle, Strelemänner Und das hat nicht geklappt Und das muss ich jetzt nochmal neu machen Der Fehler war nämlich, dass ich meine Half-Steps nach unten gesetzt habe Die müssen aber nach oben gesetzt werden Ach du Dummerchen Ich, alter Dummkopf Ich habe in der letzten Folge angesprochen, dass die Leute in die Comments schreiben sollen, was ich nützliches für die Stadt tun könnte Für die Menschen Und es wurde gesagt Ich solle doch einfach dafür sorgen, dass die Stadt schöner aussieht Da habe ich mir gedacht, okay Ja Das ist somit das Einzige, was ich auch irgendwie kann Du hast auch unten da diese Zäune gemacht, ne? Ja, einfach aus Sicherheit Das habe ich auch schon gesehen Das ist mir direkt aufgefallen Ich bin ja da runtergefallen Du glaube ich auch, ne? Beim PvP-Event hat mich Maudado eiskalt darunter gejumpt Ja, das hatte ich auch das Problem Ja, ja Mann, Mann, Mann Der Klassiker Maudado Und jetzt hier zum Beispiel könnte man einen Baum hin machen Ich mache jetzt hier einen Baum hin Jetzt sagen die Leute Hä? Bist du bescheuert? Warum machst du da einen Baum hin? Das hilft doch gar nicht Ja, tut mir leid, aber das hat einer in die Kommentare geschrieben Hä, das ist doch besser für die Luft und alles Ja, genau Ich helfe jetzt dem Klima hier aus Genau Klimawandel Klimabudget Kannst du meinen Pool sehen? Wo bist du denn? Ich bin in der Mitte Kannst du von hier aus meinen Pool sehen? Funktioniert das jetzt mit den Strahlemännern hier? Warte Strahlemännern Ja, das klappt Ja, das klappt Das klappt Du meinst, das könnte cool aussehen, wenn ich das mache? Oder sieht das cool aus, wenn ich es nicht machen würde? Das sieht schon cool aus Okay, dann mache ich das Ähm Was wollte ich jetzt genau? Ein Baum pflanzen Was gut ist für die? Das sieht ein bisschen kacke aus, das habe ich mir anders vorgestellt Ja Ich verstehe auch nicht, wieso bei dem ganz links so ein Knubbel entsteht Kommt dieser Knubbel da zustande? Ja, dieser Knubbel, das ist das Problem Ich glaube, durch diesen Knubbel verbindet sich alles wieder Meinst du, da ist ein Block oder so? Oder da ist einmal so missgeschaltetes Wasser gewesen? Ich versuche hier Oh Gott Gehst du da runter? Ich versuch's gerade Oh, easy Habe ich hier irgendwo einen Block vielleicht drunter gemacht und der ist dann das Problem? Boah, alter, was ich hier gerade mache Ich gehe auch einmal runter Aber ich habe hier nichts drunter gebaut Hier ist auch kein Block Jetzt, wo ich gerade gucke Oh, alter Oh, ist das gefährlich Oh, easy Boah, das ist ja echt wieder gerade crazy Da unten ist kein Block Komisch Aber dann sag mir mal, warum das hier nicht funktioniert Du müsstest da vielleicht mal Blöcke runterbauen Boah, das ist richtig gefährlich Um diesen Hubbel da halt wegzukriegen Du meinst hier wieder den schon wieder? Aber ich hatte doch gerade schon alles weg Nein, das meine ich nicht Oh, da wo ist man noch da Nimm mal das Wasser einfach komplett weg Stopp mal die Flutung Wie geht denn das? Komm mal erstmal hoch Mann, das sollte so eine kleine Aktion werden Und dann wird das immer hier so mit Komplikationen Ich habe hier den Eimer, das ist bei mir Ja, den Eimer brauchst du ja nicht Das ist ja hier schon komplett Ah, okay, ach so hast du das vor So einfach mal machen Ich will dir jetzt nichts versauen Ich will es nochmal ausprobieren Ne, kannst du auch eigentlich gar nicht Also So, jetzt müsste dieser Knubbel Boah, wie lange sich das Wasser einfach noch da festhält Wie lange das braucht, um da runter zu fließen Richtig krass So ganz langsam, wie so ein Ladebalken Okay Okay, jetzt ist es weg Sozusagen Mach's gut, Water Jetzt bin ich mal gespannt Das Fleisch ist Fleisch Jetzt tue ich auf jeden Fall auch was für die Stadtfahrt So für die bedürftigen Isis Gibt's hier mehrere Ähm Das sieht gut aus bis jetzt Bis jetzt sieht alles gut aus Das sieht sehr, sehr gut aus, Freunde Aha Bis jetzt ist alles im grünen Bereich Warte Das Ding ist halt, dass jetzt so der erste Die erste Reihe Vom Wasser Die an der Stelle ist, wo runter fließt Ja, ja, ich weiß Halt schon am fließen ist Aber ich glaube, dass das nicht das größte Problem sein soll Ne, es funktioniert Bitteschön Optimal Ich hab's gerettet Geil Unglaublich, dass ich mal irgendwas retten konnte in Minecraft Eigentlich ist es genau, der Pool genau ein Block zu wenig Denn jetzt fließt es links direkt an der Abgrenzung Und rechts ist noch einer offen Das sieht ein bisschen uncool aus Das nervt mich ein bisschen, aber Ich hab eigentlich nicht vor Mann, wieso schon regelst du das denn nicht vorher? Das muss dir doch aufgefallen sein, als du diese Holzdinger da hingesetzt hast Ja, als ich die Holzdinger hingesetzt habe, war der Pool ja schon fertig Ansonsten glaube ich, du bist noch geplanter als ich, Isi Nein, das war ja eigentlich gar nicht so geplant Das hat mir ja nachträglich einer reingeschrieben Der Pool war ja schon fertig Mann, jetzt fang doch nicht direkt an, so auf mir Ich nehm alles zurück Du bist nicht verplanter als ich Krieg mich schon gar nicht mehr ein Verplanter als ich zu sein, wär schon erkrankt Doch, das würde ich mir zutrauen Also die Challenge nehm ich an Okay Also da würde ich mich drauf einlassen Okay, dann möchte ich aber auch demnächst ein Video dazu sehen Hey, kannst du dir alle vergangenen Videos angucken? Alle vergangene Alle bislang, was bislang geschah Was bislang schon in Isis Köpfchen vorging Im Köpfchen drin Im Köpfchen Hier ist ein Lava Hä? Warum ist hier Lava? Hä, schon vor langem, war schon beim PvP Event Ja, das wusste ich nicht Aber warum ist das da? Das kann ich dir allerdings auch nicht so genau erklären Richtig eigenartig Ich mach das mit Kobbel Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt Okay Mann, ich will gar nicht so eigensinnig sein Jetzt würde ich die ganze Zeit in meinem Haus rumhängen und so weiter Weil ich ja eigentlich die PvP Arena starten wollte Aber ich mach jetzt noch ganz kurz Einen ganz kleinen Pool im Innenraum Mir fallen immer so kleine Sachen ein Ach Jetzt hier noch einen rein Ich hab übrigens in deiner Folge gesehen Du hast ja irgendwie da hinten das Stück abgebaut Was eigentlich, glaub ich, Herr Bergmann sich da reserviert hatte, ne? Ja, das stimmt Hab ich gar nicht übergerichtet Das hab ich jetzt auch gehört Äh, also kann das ja komplett weg eigentlich Genau, weil ich glaub nicht mehr, dass da von Herr Bergmann noch irgendwie was kommt oder so Oder dass er da was bauen will Ich glaub, da kann man schon mal eingreifen, oder? Ja, richtig Also ich, äh Ich hatte bei mir in der Folge gefragt, ob ich das halt wegreißen kann Oder ob das irgendjemand gehört Und dann meinten die halt Das ist Herr Bergmanns Und Herr Bergmann ist ja nicht mehr dabei Weil der nicht mehr wollte Ist er auf jeden Fall nicht mehr dabei? Ich glaube, er hatte das gesagt in dem Video Okay Also ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher Aber ich meine, er hätte das gesagt Weil dann hatte ich mir im Nachhinein überlegt Da könnte man da die PvP-Erinner hinbauen Da wurden ja auch mal richtig viele runtergemobst Ja Runtergemobst, Alter Runtergemobst Und dann könnte man die eigentlich, finde ich, ganz gut da hinbauen Auch ganz schön weggemobst alle, ne? Da ist ja auch einfach Platz ohne Ende Einfach runtergemobst Die wurden alle weggemobst, ja Ja, also Ich hätte da jetzt nichts gegen einzuwenden In den Kommentaren stand halt auch Auf jeden Fall auch, dass Herr Bergmann das nicht mehr braucht Aber ich will Jetzt, wo du so verwundert gesagt hast Was, Alter? Macht der echt nichts mehr? Ist das sicher? Würde ich es irgendwie doch nicht mehr wegreißen Wie? Ach, du hast es noch gar nicht komplett weggemacht? Ne, ne, ne Ich habe in der Folge erst gefragt Doch, mach das ruhig Mach das ruhig, dann muss ich das nicht mehr machen Ja, ich mach das einfach Wenn, dann soll Herr Bergmann wohnt ja jetzt hier irgendwo in der Nähe bei uns Dann soll er vorbeikommen und mich hauen, wenn ihm das nicht passt Ja Das ist die Sache Dann regelt das einfach so So wie echte Männer Ich habe da sich ein Pool jetzt hier Moment Geil Hier ist nur ein Oak Sapling drin gewesen Ne, hier sind auch zehn Gut Junge, ich hasse das immer, wenn ich irgendwie ein Sapling benutze Ich habe immer das Gefühl, es ist der letzte seiner Gattung und ich mache alles kaputt Echt? Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen Nein? Ne Okay Crazy, aber du bist doch Izzy Ja Weesley Crazy Crosasum Ui So, jetzt ist hier so ein Baum Sieht jetzt nicht so optimal aus wie ich dachte aber ganz schön eigentlich Doch, komm das ist auf jeden Fall besser als wenn dann nichts ist Kann man hier direkt nochmal so ein Beet neben machen Düdduide Äh, Leute wir verbrauchen jetzt übrigens Erde dafür Das Ding ist aber das ist halt alles Das ist alles sichere Erde, die man ganz easy wieder herbekommen kann. Wie bitte? Was? Easy? Oh, Mann, Alter. Die man ganz easy wieder herbekommen kann, die Erde. Ich mach das aber einfach trotzdem, weil die Erde halt so oder so momentan überhaupt keinen Nutzen findet. Wenn irgendjemand sagt, jo, wir brauchen jetzt ein Feld oder so, dann können die ja zur Not einfach da weggerubbt werden. Das ist ja nicht das Problem. Ich mach das einfach der Schönheit wegen. Ich wollte auch erst einen Garten machen und hatte richtig Angst, mir viel Erde zu nehmen, weil alle immer gesagt haben, das ist das wertvollste der Welt. Ja, ist es halt auch. Einfach aus dem einfachen Grund, dass man Erde halt nie wieder bekommen kann hier. Hast du eigentlich schon mal in dein Haus geguckt? Wieso? Schau mal. Verprüf das Ganze doch mal. Neee. Dann noch alles in Ordnung, ist es so weit. Easy. Oh. Easy. Ich hab keine Check gemacht. Du musst dir direkt einen Kuss geben. Oh ja, wieder an der gleichen Stelle wie letztes Mal. Oh ja. Wie war das auch noch mit dem Helm? Du hast mir ein Geschenk letztes Mal. Ja, und dann? Dann hast du den Kuss nicht verdient, dann sind wir ja jetzt quitt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau passiert ist. Wie? Achso, du meinst, dass du deine verloren hast wegen dem PvP-Event? Ja, ich hatte meine verloren. Äh, nicht PvP-Event. Wegen der Mob-Farm meine ich PvP-Event. Arsch! Oh ja, das mit der Mob-Farm habe ich schon vollkommen verdrängt wieder. Sollen wir pennen? Äh, nö. Geht auch gar nicht. Wir sind ja in der Nähe vom Spawn. Das ist irgendwie noch nicht... Ah, doch, jetzt geht's. Ja, und im Grunde genommen war ich das sogar tatsächlich schuld, weil da wo du runtergefallen bist, hab ich ja den Creeper explodieren lassen und dir ja im Prinzip nicht Bescheid gesagt, dass da kein Half-Step mehr unter dir war. Und deswegen ist das jetzt meine Entschuldigung. Nee. Oh fuck! Was willst du denn noch haben? Das Ding ist halt, du magst es vielleicht können, aber ich kann Sachen einfach nicht immer so easy-taken. Äh, scheiße. Dafür hab ich einfach auch nicht genug Tag-it-easy-Shirts. Alle kaufen, weil... Ich hab übrigens das neue Shirt echt nicht bekommen. Ja, das kriegst du auf jeden Fall noch. Ja, hoffentlich. Ich würd's nicht anziehen, aber hoffentlich. Naja, einfach nur aus Prinzip. Hast du hier gerade das hier gebaut? Hier diese, äh, diese, diese Erdbälle wollte ich schon fast sagen. Diese Erdklümpchen. Ja. Okay, hier kommt dann die PvP-Arena. Wo machen wir denn dann den Eingang? Machen wir den dann jetzt hier links? Oder... Oh, sorry. Ne, das ist ja kein Ding. Ich würd das einfach komplett eiskalt wieder wegrupfen, was du da gemacht hast. Eigentlich ist das eh voll gut. Man könnte das auch hier machen, oder? Man könnte hier so den Eingang machen. Weil da ist ja jetzt schon so ne große Fläche. Ist ja eigentlich schon perfekt. Ja, das stimmt. Hier so... Äh, zack. 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Äh, ist natürlich jetzt uncool. Easy. Ich bin der Powerade. So. 1, 1, 1. Weil mach ich jetzt hier Delays. Garten einfach so wunderschön. Das ist einfach alles bei Delay. Das ist gar nicht verdient. Ich verstehe gar nicht mehr, wo die Leute dann runterfallen sollen. Ja, gar nicht. Gar nicht mehr. Ja, da muss man halt echt dann anfangen, seine Häuser so optimiert zu bauen, um die runterzuschlagen. Und so. Das ist natürlich hier... Ach nee, das ist auch aus... So. Das Ding ist, jetzt bräuchten wir mal. viele Blumen. Viele Blumen zu bekommen, ist so das stressigste, Alter. Jedes Mal nach einem PvP-Event sind überall Blumen runtergeschlagen worden. Und dann mach ich mich auf die Reise, um irgendwie neue zu holen. Das lässt sich irgendwie nicht verhindern, ne? Dass die Blumen kaputt gehen. Ja, Blumen und, äh, Dings. Blumen und... Dings, beides. Ja, beides. Blumen und beides halt. Blumen und Fackeln, so. Blumen und beides. Einfach weil... Ich weiß nicht. Man könnte irgendwie Adventure-Mode oder so anmachen, aber dann kann man sich, glaub ich, nicht mehr schlagen. Ich weiß so schnell, ich bin kein Programmeerer von Minecraft. Ich hab das nicht gemacht. Da hat genug Blumen. Äh, langsam kommen wir so... Bist du nicht bei Microsoft? Weiß ich das nicht. ... zur Folgenzeit, wo wir überlegen sollten aufzuhören. Echt? Jo, ich hab grad mal den Eingang gemacht von der PvP-Arena. Und jetzt machen wir mal Ende. Ach, kleiner Izzy. Immerhin hab ich jetzt einen schönen Waterfall. Als Blech das Blech. Ist jetzt auch noch nicht so kritisch, ja? Ich wollte nur schon mal dran erinnern. Nicht, dass wir es vergessen. Okay. So. So. Ähm. Äh. Boah. Zack. 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 So, ganz schön. Sieh echt ganz schön aus. So crazy. Ich habe Karten gebraucht. Oh. Oh. Nein! Das ist nicht passiert gerade. Ist es passiert? Das ist nicht gerade passiert, Alter. Oh, Izzy. Ich hab das auch noch gerade gesehen. Im letzten Moment. Das ist der dümmste Tod, den man sich vorstellen kann. Oh, Junge. Ich sag einfach, Izzy, guck mal schnell, was ich gebaut habe. Und Izzy denkst du, boah, ich muss da hin. Rennt so los. Oh, Junge. Das ist doch jetzt nicht ehrlich passiert. Oh, ich hab schon wieder eine richtig rote Birne. Ich bin einfach nur runtergelaufen. Nein, Alter. Oh, ich bin so froh, dass ich das drauf habe, Alter. Ich fühl mich halt wie sonst. Vor allem hatte ich, ich hatte Goldschuhe. Ich hatte meine Goldkrone. Ich hatte richtig viel Cobblestone. Ja. Ich bin einfach nur runtergelaufen. Ja, Freunde. Ich beende dann mal auch an dieser Stelle hier die Folge. Ich würd sagen, es ist sowieso eigentlich Ende, ne? Es passt bei mir immer sehr gut. Relativ Ende, ja. Relativ Ende. Schaut beim Tattel vorbei, da könnt ihr nochmal genauer sehen, wie ich da runtergefallen bin. Auch mal so aus dritter Sicht sozusagen. Oh, aus dritter Perspektive. Ach, ist ja auch egal, Leute. Ich muss ja mal so oder so jetzt eben die Folge beenden. Lasst eine Bewertung da. Schaut bei Easy vorbei, um nochmal schön aus seiner Sicht zu sehen, wie er runtergelaufen ist. Und tschüss. Morgen kommt keine Folge. Take this easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst, ne? Das passt auch in den Zusammenhang. Macht's gut. Haha.